Ja, hi! Ich bin Nico Sanchez. Und ich bin Lena Meyer-Standhut. Und wir sind heute beim Deutschen Radiopreis in der Elbphilharmonie. Wunderschön, ja? Wunderschön! Und wir treten heute auf und wir nehmen euch natürlich mit. So, Nico, preist dich bitte zusammen, ja? Bitte, jetzt einfach. Ich habe gedacht, ich ziehe mir heute mal was Sexiges an. Ich dachte, ich schlafe...schau. Hat geklappt. Hat geklappt, das war jetzt. Und dann den Sound-Tippen. Ja. Ja, der Schmackrecht ist Kontakta, aber der muss auch noch raus. Dann kommst du raus und dann gucken wir weiter. Ja, der deutsche Comedy-Kreis geht an. Lena Meyer-Standhut. Und die Instagram-Stories. Ja. Ja, der schmackt. Ja! 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 Du hast einen Offiziellen. Mein zweiter Song. Der zweite Song. Genial. Elit, du kannst da. Sorry. Ses, du kannst da. Gi Besson. Wow, Ciao. Ciao? Tschau? Really? Tschau? Tschau. Yeah. 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 Kannst du beide unabhängig voneinander? Okay, ich kann auch. Die Aufregung steigt. Es ist Zeit für den roten Heppich. Hallo. Hallo Nico. Hallo. Schönen guten Abend. Super. Perfekt. Hallo. Hi, ich bin Nico Sanchez. Und ich bin Lena Meyer-Standhut. Und wir sind heute beim Deutschen Radiopreis in der Elbphilharmonie. Wunderschön hier. Wunderschön. Und wir treten heute auf. Und wir nehmen euch natürlich mit. Als allererstes auf dieser unglaubliche Rolltreppe. Darf ich auch ein Foto? Ja. Ja, also der Klang ist ein Hammer. Die ganzen Instrumente sind der Hammer. Der Flügel auf dem ich spiele, also es macht schon wirklich sehr viel Spaß. Ich glaube, das wird heute einen sehr schönen Abend. Ja, es ist natürlich ein wahnsinniges Ambiente. Es ist eine große Ehre. Man hat natürlich auch wirklich Respekt davor. Das erschlägt einen ja fast. Aber ich glaube, die Freude überwiegt wirklich, dass wir das heute hier performen dürfen. Und ja, wir haben richtig Bock. Darf ich auch? Das war's. Das war's. Komm her! Komm her! Ich fasse dich. Ja, jetzt will ich von jedem ein entschiedenes Ja hören. Ja! 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 Heideffreis hat einen riesen Applaus für den Herrn. Ja! 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 Das war's! Der Aufritt war mega schön! Ganz ganz toll! Hat richtig viel Spaß gemacht! Und jetzt gehe ich ins Bett! Morgen bin ich beim World Wide Wohnzimmer und dann bei eins live! Ich habe einiges auf der Platte, Leute! Na ju! Dickers! Was geht denn? Hallo! Hi! Hallo! Auf drei? Okay. Drei! Wie geht's mit Lema! Lema und Nico Santos! Hallo! Guten Morgen! Hallo! Hallo! Wir machen heute richtig schönes 1Live-Radio-Karaoke. Wir haben draußen was aufgebaut. Und da gibt's eine Bühne. Und ich hoffe, ihr habt eure passenden Karaoke-Songs. Wer bei Singen gleichzeitig tanzt, verbessert seine Performance enorm. Ja. Okay. I got no roots but my home was never on the ground. I got no roots but my home was never on the ground. So hallo nicht wie ich ein Kaffee-Gesamen-Radio. Doch eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star. Zu spät! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Zu spät! J 겁니다! Du spät! ण Zabi, wir beide machen heute ein Duett von Nothing Girl. Bist du jetzt? Yes, it's going to happen, yes. Yes, it's going to happen. Was soll man machen, ne? I'm not a girl, no, you're not. Not yet a woman, I'm better, 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 who's gonna love you better? Thank you! Not enough, all the best, good luck now, trying to find someone new, who's gonna love you better?